Guten Morgen Leute, ich mache heute zwei Videos, heute Abend im Livestream, wie ich zocke, heute noch ein Fußballvideo, ich weiß aber nicht, was ich für Tricks machen soll und meine Kommentare sind deaktiviert, ihr könnt mir nichts reinschreiben aus irgendeinem Grund, ich weiß aber nicht, wie ich das beheben kann, keine Ahnung. War bei meinen Shorts auch irgendwie so, aber ja, auf jeden Fall wird heute ein Fortnite-Livestream kommen und vielleicht noch ein FIFA-Livestream, wie ich Footdrafts mache und ja, wenn ihr solche Formate feiert, dann lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, heute kommt ein FIFA-Livestream und ein Fortnite-Livestream, also in Fortnite werde ich mich heute auf Level 100 pushen, auf jeden Fall. Dann werde ich heute vielleicht noch ein paar Siegel, vielleicht mit, ich spiele mit verschiedenen Freunden, also einmal mit meinem Freund, den ich euch mal in einem Video, wo ich euch mal in einem Video gesagt habe, dass ich, äh, das mit dem Laufen, bei dem Trick hier, bei diesem Trick, wo er dann so hoch macht, wo er dann so hoch macht, den Freund mit dem zocke ich vielleicht heute noch, wenn er mal Bock hat. Dann werde ich heute noch ein Video draußen aufnehmen, mit meinem Freund, den Nachmittag. Und dann werde ich noch ein FIFA-Livestream machen, weil FIFA Bock macht manchmal. Da werde ich dann vielleicht mit meiner Mutter und dem Freund spielen, also wieder 9, weil, ja, mit dem, ähm, macht Spaß. Äh, keine Ahnung, wie das geht, äh, ich hab ja kein ordentlicher Cam, ne, sondern nur mein Handy. Und wie könnt ihr das dann sehen, weil ihr seht ja manchmal, also immer, also immer, eigentlich, ja, von den anderen YouTubern, das Gameplay, dass ihr das dann richtig seht. Und, zum Beispiel, so, ich, nicht in dem Fernsehen, aber halt, das, was auf dem Fernsehen läuft, dass ihr das dann richtig seht. Und, aber halt, nichts vom Zimmer oder so. Das werde ich vielleicht heute machen, dass ihr das seht, also probieren. Und, wenn's nicht geht, kaufe ich mir bald nur eine Cam, da werde ich dann die nächsten Monate bisschen sparen müssen, weil die kosten noch etwas, also etwas viel, muss ich jetzt sagen. Ja, ja, keine Ahnung. Ähm, ich hab ja schon Rabona gezeigt, diesen Trick nach oben, also ich weiß grad gar nicht, ob ich Rabona schon gezeigt hab, den Trick, also diesen Rainbow Flick, äh, den hab ich auch schon gemacht, ähm, genau, was ist das so? Ja, 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 ja. Ah ja, gut, und wenn, und wenn, und wenn ihr das hier mit dem Trick nicht schafft, mit, ja, also zweifelig, wenn ihr es schafft, wenn ihr es nicht so gut schafft, mit dem Trick, dann macht einfach eure beiden Beine so gerade, Und übt das ein bisschen und dann geht der Ball nämlich einfach mal, keine Ahnung, halt irgendwie dann, dass ihr das dann so ja macht. Also das ist dann so aus hier. Nur halt nicht in die Richtung oder die Richtung fliegt, sondern nach genau geradeaus. Oder schön weit nach oben. Und ja. Also ich weiß noch nicht so gern, ob ich den Livestream mit, also direkt Fortnite spielen soll, oder als erstes FIFA, weil, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall, es wird vielleicht ein Pack-Opener kommen. In FIFA dann. Und in Fortnite kommen dann vielleicht ein paar Wins, viele Kills und sehr viele Hausraster. Also mehr an FIFA, weil FIFA aggressiv macht. Fortnite nicht mehr, ist so gut bei mir. Deswegen hab ich mir so gut dran zu schlagen. Ja und dann kommt dann wie gesagt FIFA und Fortnite. wenn nicht dann wieder, also und morgen kommen ja dann auch wieder ein paar Videos. Ich verlinke euch mal den, also von meinem Freund, den Kanal. Also der, der heißt Philipp, der Schwarzdreher. Ja, abonniert den und liked mal bei dem und schaut mal nach, also schaut mal bei dem rüber. und liked und abonniert bei ihm. Ja, der macht eigentlich auch ganz coole Videos. Ja, der macht eigentlich auch ganz coole Videos, wie er im Bad vom Fünfer springt, vom Dreier und vom Einer. Und er hat verschiedene Tricks. So viele Likes hat er noch nicht und abonnenten, glaube ich gerade mal ein oder zwei. Also schaut mal bei dem rüber und liked und abonniert bei ihm. Ciao Leute. zum nächsten Mal. Joens Schwarz Joens